Was ist eigentlich mit Regulus Black passiert und wo ist seine Leiche geblieben? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video wird es um Regulus Black gehen und wo seine Leiche geblieben ist. Viele von euch werden sich wahrscheinlich daran erinnern, wie Harry und Hermine, das was sie für das echte Medaillon von Slytherin hielten, öffneten, nur um zu entdecken, dass eine Person bekannt als R.A.B. bereits das echte gefunden hatte und geschworen hatte, dieses zu zerstören. Diese Person war Regulus Arcturus Black, der ehemalige Todesser und jüngere Bruder von Sirius Black. Regulus war zunächst ein treuer Todesser und Anhänger des Dunklen Lords. Er machte allerdings eine komplette Kehrtwende und schwor alles zu tun, was er konnte, um Voldemorts Machenschaften aufzuhalten. Bevor wir loslegen, nochmal kurz zum Sponsor des heutigen Videos und meinem Partner Instant Gaming. Bei Instant Gaming findet ihr wirklich fast jedes Spiel um einiges reduziert. Natürlich gibt es dort auch das neue Hogwarts Legacy Spiel günstiger. Sogar fast 30% reduziert, was ganz schön viel ist. Momentan gibt es dazu sogar ein Gewinnspiel, bei dem ihr ein Game euer Wahl gewinnen könnt. Dafür klickt einfach auf den Link in der Videobeschreibung, erstellt gegebenenfalls einen Account und schon könnt ihr teilnehmen. Aber jetzt lasst uns weitermachen mit dem Video. Es gibt zwei Dinge, über die ich in diesem Video sprechen möchte. Das erste ist, wie Regulus sich von seiner unglaublich loyalen Position zum Dunklen Lord getrennt hat und dem Dunklen Lord den Rücken gekehrt hat. Und das zweite ist, warum seine Leiche nie gefunden werden konnte und wie lange es gedauert hat, bis überhaupt jemand bemerkte, dass er tot oder vermisst war. Wie ich bereits erwähnt habe, war Regulus der jüngere Bruder von Sirius Black, was bedeutet, dass sie in derselben Familie aufgewachsen sind. Sie standen sich sehr nah, aber es gab jedoch eine Sache, die einen großen Keil zwischen die Brüder brachte. Und das war die Einstellung zur Blutreinheit der Familie Black. Die Familientradition besagt, die Blutlinie reinzuhalten und sie nicht mit Muggeln und Muggelgeborenen zu mischen. Die Familie Black würde sich nicht einmal mit jemandem unterhalten, der nicht von würdigem Blut ist. Diese Charakterzüge wurden von ihren Eltern eingeflößt, aber die beiden Brüder reagierten zuerst verschieden auf diese Erziehung. Sirius war völlig gegen den Glauben seiner Eltern und seiner Familie, aber Regulus war zuerst auf der Seite seiner Familie. Sirius zog daraufhin im Alter von 16 Jahren zu seinem besten Freund James Potter, um seiner Familie zu entkommen. Und von da an wurde Sirius aus dem Stammbaum der Blacks gestrichen. Regulus hingegen tat das Gegenteil. Er wollte nichts anderes tun, als seinen Eltern zu gefallen. Er wollte sie stolz machen und einen Beitrag zur Ideologie der Familie beitragen. Und hier ist genau das Problem bei Regulus. Sein Glaube war nicht wirklich sein eigener. Er tat im Grunde das, was er dachte, was er tun sollte, anstatt selber nachzudenken. Aber Regulus hatte etwas Besseres zu tun, als nur dem Glauben der Blacks zu folgen. Er wollte Teil der Rassenrevolution sein. Zu diesem Zeitpunkt hörte er von Lord Voldemort wie viele andere Zauberer und beschloss ihm zu folgen. Diese Zauberer, die ihm folgten, sind als Todesser bekannt, einschließlich seiner Cousine Bellatrix Lestrange. Er wurde ein Todesser und zeigte seinen Eltern und allen anderen, was es Zeit ist für eine andere Welt, eine neue, eine bessere Welt. Er schwirrt dem dunklen Lord seine Loyalität und erhielt sein dunkles Mal und begann einen lebenslangen Dienst für seinen Meister. Es dauerte aber nicht lange, bis der 18-Jährige das Ausmaß von Voldemorts Macht erkannte. Aber noch wichtiger war, was passieren würde, wenn er ihn im Stich lassen würde. Voldemort war kein Polizist. Er nahm keine Gefangenen. Man schließt sich ihm einfach an oder man stirbt. Wenn du ihn im Stich lässt, stirbst du höchstwahrscheinlich. Und Regulus war aus erster Hand Zeuge der zahlreichen Berichte über den Zorn des dunklen Lords und verstand schnell, dass sein Meister ein extrem gefährlicher, geistig instabiler Irrer war. Außerdem wurde von Regulus erwartet, dass er alle verstümmelt, foltert oder tötet, die sich seinem Meister widersetzen. Was eigentlich etwas ist, was er nicht tun wollte. Er hatte schnell den Glauben an Voldemort verloren und sehnte sich sogar nach seinem Untergang. Es wird nicht erklärt, wie er das geschafft hat, aber Regulus fand heraus, dass der dunkle Lord Horcrux erschuf und er fand sogar heraus, dass das Medaillon von Slytherin einer dieser Horcruxe war. Voldemort wollte den Schutz seines Horcruxes an Creature, dem Hauselfen vom Hause Black, testen, um die Wirkung festzustellen. Niemand widersprach Voldemort oder bot ihm die Stirn. Ich glaube, Voldemort hoffte einfach darauf, dass die Sicherheitsmaßnahmen, die er getroffen hatte, tatsächlich wirksam waren. Er machte jedoch den Fehler, nicht zu berücksichtigen, dass Elfenmagie andere Eigenschaften hat, als die der normalen Zauberer. Die magische Kreatur Creature konnte entkommen und meldete seine Erkenntnisse an Regulus, der daraufhin den Entschluss fasste, seine Rolle als Todesser aufzugeben. Er beschloss außerdem, das Medaillon von Slytherin zu stehlen. Leider konnte Creature Regulus bei dem Versuch, das Medaillon zu stehlen, nicht retten. Denn was dem Elfen einst zugute kam, wandte sich gegen den jungen Zauberer Regulus, denn er konnte die Höhle nicht durch Magie verlassen und war schwach, nachdem er den Drang von Voldemort getrunken hatte. Der bloße Kontakt von Regulus mit dem See in der Höhle löste die Falle aus. Er kämpfte so gut er konnte und schaffte es Creature, das Medaillon zu geben und ihm zu sagen, er solle es zerstören, bevor er von dem Ansturm der Inferni in den Tod und in die Tiefe gerissen wurde. Aus diesem Grund, dass die Leiche von Regulus Black nie gefunden wurde, nimmt Harry zu Recht an, dass er von den untoten Kreaturen, also den Inferni, in den Tod gezerrt wurde. Aber was ich glaube, was die Leute nicht wirklich bedenken ist, dass wenn man von den Untoten geholt wird und man stirbt, man einer von ihnen wird. Das ist höchstwahrscheinlich mit Regulus passiert. Ich glaube sogar, dass der Trank, den man trinken muss, wirklich kein Zaubertrank war, sondern einfach das Wasser aus dem umliegenden See. Ich glaube, es ist eigentlich der ganze See, der vergiftet ist und wenn eine Person in See ertrinkt, dann wird diese Person auch zu einer der Kreaturen, die einen runtergezogen haben, einem Inferni. Voldemort ging aber nicht extra in die Höhle zurück und machte eine Überprüfung der Leichen, um sich selbst zu überzeugen. Ich glaube, der ganze See funktioniert wie eine Art Tentakel-System mit dunkler Magie durchdringtem Wasser, das durch die Körper der Leichen fließt. Und das ist es, was die Leichen belebt, wie ein elektrischer Strom, aber in diesem Fall natürlich offensichtlich magisch. Die Unterlegenen bewegen sich dann mit dem Ziel, alles anzugreifen, das den See durch Berührung stört. Diese Theorie macht meiner Meinung nach tatsächlich Sinn und es scheint mir möglich. Das bedeutet, dass Regulus Black der Junge, der den dunklen Lord aufhalten wollte, mit Sicherheit einer derjenigen war, die Harry Potter im sechsten Teil angegriffen haben und ihn versucht haben, in die Tiefe zu ziehen. Wie traurig das auch klingt. Und falls ihr es noch nicht getan habt, checkt doch gerne mal Instant Gaming ab. Dort findet ihr einfach so viele Spiele viel günstiger als sonst wo und natürlich auch das neue Hogwarts Legacy-Spiel. Warum das Spiel teurer kaufen, wenn man das auch deutlich günstiger bei Instant Gaming bekommen kann? Den Link dafür findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und das war es auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.